hallo herzlich willkommen zurück hier in fallout 4 wir werden heute das große ganze nicht klar also wir werden heute reingehen und vorher werden wir aber noch mal mit der karawanen führen und du bist tot ja gut dann sagt doch mal was war ja ja ich ja was was steht zum verkauf der sachen hast du denn ich habe aber auch messer und knüppel für die irren nahkämpfer aber der heiße tod fliegt schneller als der schall meine knie werden ganz weich wenn ich nur daran denke ich schaue es mir an einen teil von jedem großen kauf gebe ich für winzige bäume aus die ich dann zu deinen ehren in die luft jahre auf gut glück nahe da ist 2000 ist die nur wer du als 3000 ja also du hast ja ja ist schon ganz schön aber nein 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 so jetzt bevor wir da reingehen müssen wir uns umziehen obwohl ich würde auch gerne wir haben wir das den anstatt hier skills level up charisma und so viel charismanfähigkeit was haben wir denn hier also anfangen sie wenn sie sich schücheln weg und nicht nur aha ok ja nein einschüchtern also wir werden immer wenn ich vorschlagen nochmal ein punkt drauf tun jetzt möchte ich gerne einen fehlzug aufsetzen und grauen anzug aufsetzen dann haben wir also wir haben charisma auf 10 plus aha 10 plus ist schon gut also ich versuche mal so wir versuchen es mal so hallo piper ich bekenne es noch gar nicht diese person ist beschäftigt du willst doch nach diamond city oder wer bist du denn was wer bist du spiel einfach mit was hast du gesagt du bist ein händler aus quincy und du hast genug waren um den ganzen laden für einen monat zu versorgen hast du das gehört danny machst du jetzt das tor auf und lässt uns rein oder willst du dieser irren myrner erzählen dass ihr wegen dir vorräte für einen monat durch den man na gut kein grund gleich so bösartig zu werden piper einen moment geh besser schnell durch das tor bevor danny kapiert dass wir ihn nur verarscht haben das hier diamond city was ist das für ein ort oh das grüne juwel ist auf jeden fall ein besuch wert jeder der im commonwealth irgendwie wichtig ist kommt hierher hat sich hier niedergelassen oder ist hier raus geflogen eine große mauer stromversorgung funktionierende kanalisation schulen und ein paar sicherheitsleute machen diamond city zu dem riesigen monster das es ist du wirst es lieben oder hassen du wirst schon sehen da bin ich mir sicher komm gehen wir hey ja hey piper wir müssen los wer hat dich denn wieder reingelassen ich habe soll eben gesagt dass er das tor für dich nicht aufmachen soll du hinterhältige aufrührerische verleumderin diese ansammlung von lügen in deiner zeitung unglaublich ich werde deine drucker presse verschrocken war das eine offizielle ankündigung bürgermeister mcdonald diktatorischer bürgermeister lässt presse ausschalten warum fragen wir nicht die neuankömmling was sagst du zu freier presse der bürgermeister will die rede freiheit nämlich abschaffen von welcher zeitung redest du meiner public occurrences wir sind die stimme der wahrheit also wirst du für uns oder gegen uns das ist immer diese nicht meine eingelegenheit hasse zeitung jetzt sind wir ja für die meinungsfreiheit die meinungsfreiheit waren mir immer wichtig sie sind die basis einer jeden freien gesellschaft oh ich wollte dich nicht in diese auseinandersetzung hineinziehen kollege nein ganz und gar nicht du siehst aus als würdest du wunderbar nach diamond city passen willkommen im großen grünen juwel des commonwealths sicher glücklich ein wunderbarer ort für einen besuch für einen einkaufsbummel oder um sich niederzulassen und lass dir von diesem schmierfink da bloß nichts anderes einreden ja worüber streitet ihr beiden eigentlich was glaubst du wenn man lügen druckt sind alle glücklich aber wenn man die wahrheit druckt also bist du aus einem bestimmten grund in unserer stadt gekommen ich bin auf der suche nach jemandem du suchst jemanden wen denn mein sohn schon er ist nicht mal ein jahr alt moment dein sohn ist verschwunden hast du das gehört mcdana was wird die diamond city sicherheit tun um diesem mann zu helfen das ist ja nicht der erste fall dass eine person verschwunden ist und jetzt wurde ein kleines kind entführt hör nicht auf sie zwar können unsere sicherheitsleute nicht jedem fall nachgehen der gemeldet wird aber ich bin sicher dass du hier hilfe finden wirst in diamond city gibt es jede nur erdenkliche dienstleistung einer unserer großartigen bürger wird bestimmt die zeit finden dir zu helfen wer kann helfen der bürgermeister einer großen stadt kennt doch sicher jeden wer kann mir helfen nun ähm es äh es gibt da einen mann nick valentine eine art detektiv der sich darauf spezialisiert hat leute aufzuspüren meistens wegen irgendwelcher schulden und so weiter so jetzt muss ich aber los es tut mir leid dass die diamond city sicherheit keine zeit hat dir zu helfen aber ich bin sicher dass mr valentine vernünftige preise hat das ist doch lächerlich die diamond city sicherheit kann nicht mal einen mann entbehren um zu helfen ich will die wahrheit mcdonner was ist der wahre grund dafür dass die sicherheitsleute nie den entfernen nachgehen ich habe jetzt genug davon piper du und deine kleine schwester sind hiermit offiziell verwacht ja red nur weiter mcdonner mehr kannst du ja auch nicht ich bin beeindruckt es ist nicht so einfach mcdonner informationen zu entlocken hm warum kommst du nicht mal in meinem büro vorbei wenn du bei valentine warst ich glaube ich habe gerade meine nächste story gefunden naja das ist also die piper wir haben eine riesige schätze zu erkunden ich habe keine ahnung wie groß sie ist hier rein ja ich will ach was machst du denn der press ok was hast du auf dem herzen ich bin nur neugierig was du denkst ich frage mich immer noch was dieser außenposten der bruderschaft soll ich habe noch nie gehört dass sie im commonwealth aktiv wäre was denkst du wie es da zwischen uns läuft es fühlt sich gut an leuten zu helfen etwas zu bewirken das commonwealth steht in seiner schuld das ist erstmal alles kein problem du bist also der händler von dem papa gesprochen hat ja irgendwie glaube ich dass sie mich wieder reingelegt hat habe ich recht ich wollte dich nicht anlügen aber es ging alles so schnell du bist nicht der erste dem papa einen haufen ärger eingebracht hat auf den er ganz und gar nicht vorbereitet war danke dass du ehrlich zu mir warst wenn es nach mir gegangen wäre hätte ich euch beide einfach reingelassen aber der bürgermeister hat hier das sagen und du hast ja gesehen wie sauer er ist naja wie dem auch sei willkommen in diamond city und so weiter ich muss jetzt wieder an die arbeit ja ok ist ok hast du ne frage dann solltest du mit sullivan reden du bist sullivan oder wenn du was brauchst musst du mit dem bürgermeister sprechen er schickt mich zu dir hey was gibt's weiß ich auch nicht zählen mir doch was dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die stadt an ich würde gerne ein haus haben das ist ich habe nie ganz verstanden warum ach was ach was aber gegen die minute man na gut dass wir in zeitung waren dann richtigen und wenn du wütende politiker auf dem weg zu uns siehst Warum? Stimmt was nicht? Piper? 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 Man, das hat wie Text! drinsteht noch mal ein kotz fahrzeug also wieviel seiten sind das noch ok also da steht in der kurzwassung drin dass die sins halt am anfang normale wesen roboter waren und das dann aber halt irgendwann weiß ich nicht vor ein paar jahren diese super sins aufgetaucht sind aber keiner wusste dass es überhaupt gibt na war wurde dann ein mann erschossen von einem super sinn weil man also sind jetzt mal ein mensch der gestern getrunken geraucht hat man es gar nicht angemerkt ist warum das ist und irgendwann ist er durchgedreht weil er wahrscheinlich von irgendeinem anderen computer gesteuert worden ist ja ganz lang wo ist es denn eigentlich die kleine die da naja da kommt man rein hyper sparrow schön dass du vorbeischaust ist alles klar bei dir blue warum nennst du mich so weil du ein bald bewohner bist du trägst war gerade nicht den blauen anzug aber den pip boy und diesen fisch auf dem trockenen look ziemlich eindeutig also sie ist gut deine lebensgeschichte ich finde es wird zeit dass diamond city mal erfährt wie ein fremder das commonwealth so findet wenn das klappt dann ich hab's dann komme ich mit dir mit ich pass auf dich auch während du dich an die welt hier oben gewöhnt was soll das für ein interview werden ich frage dich wer du bist was du vom leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige fragen um es interessant zu halten was meinst du okay piper ich bin dabei gut kommen wir zum geschäft also ich weiß du kommst aus einem wort wie würdest du deine zeit darin beschreiben meine familie und ich wurden eingefroren ich war nicht lange warte die haben dich in eine kühltruhe gesteckt die ganze zeit heißt das du hast die zeit vor dem krieg erlebt ja ich bin über 200 jahre alt mein gott der mann aus einer anderen zeit also du hast das commonwealth gesehen wie ist das verglichen mit deinem alten leben ganz ehrlich zu sehen wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut das gibt mir hoffnung das ist überraschend inspiriert blue das zitat werde ich definitiv nehmen ich weiß ja bereits dass du deinen sohn schorn suchst glaubst du das institut steckt hinter seiner entführung das institut wer ist das das größte rätsel im commonwealth niemand weiß so richtig wer oder wo sie sind aber man bekommt ihre machenschaften mit sind synthetische menschen aus geheimen laboren sie erledigen die drecksarbeit für das institut manchmal ersetzen sie jemanden sogar mit einem sind doppelgänger ein verdeckter agent den niemand verdächtigt nicht alles schlimme das passiert hat mit dem institut zu tun aber möglich ist es immer darum frage ich die machen synthetische menschen genau das es gibt zwei hauptarten auf die du achten musst die erste kann man leichter erkennen die haut sieht aus wie plastik teilweise kann man das skelett sehen sie durchstreifen plündernd und mordend das commonwealth vor einer weile habe ich über university point berichtet die ganze stadt wurde ausgelöscht die zweite art der synth ist das eigentliche problem sie haben haut blut ein warmes lächeln schuldbewusste blicke wie ganz normale menschen und glaubst du sie haben was mit der sache zu tun das institut oder einer seiner agenten ich weiß nicht das tut keiner das macht sie so unheimlich im letzten teil unseres interviews möchte ich etwas anders machen gib den leuten aus diamond city doch ein paar worte mit auf den weg die gefahr durch entführungen wird im commonwealth ignoriert alle tun so als würde das nicht passieren was würdest du jemandem sagen der einen geliebten menschen verloren hat und nun zu viel angst hat oder zu geliebten ist um nach ihm zu suchen warte die leute ignorieren entführungen hier draußen einfach ja noch nicht gemerkt man wächst im commonwealth auf und irgendwann wird jemand entführt vielleicht nicht jemand den du kennst aber jemand und die leute sagen nur naja hätte schlimmer kommen können wenn raider super mutanten oder wilde ghule ihn erwischt hätten sie geben einfach auf darum möchte ich dass meine leser erfahren was dich zum weitermachen bewegt vielleicht nehmen sie sich ein beispiel und was sagst du ganz egal wie sehr man aufgeben möchte man darf es nicht tun man darf die hoffnung nicht aufgeben dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die wahrheit erfährt eine starke aussage zum schluss blue danke wir sind fertig wird eine weile dauern das alles zusammen zu aber deine geschichte wird den leuten die einiges geben worüber sie reden können wie auch immer gesagt dass ich mit dir komme auf dich aufpasse sag bescheid wenn du so weit bist ich bin gespannt wie die geschichte weitergeht die story des jahrhunderts ja erstmal muss ich das mit pressen noch abhängen oh was sieht er nicht kommt äh hallo kostenlose zeitung für neue ankömmlinge wenn dich das institut nachts holt haben wir dich immerhin gewarnt danke schätze ich das ist kein witz das institut entführt leute du solltest dich besser informieren wenn du länger hier bleiben willst das institut du hast noch nie was vom institut gehört doch sie holen sich nachts leute und man hört nie wieder was von ihnen steht alles in der zeitung solltest du besser lesen bevor sie dich auch erwischen ich glaube dir ja danke du bist echt ein verlorenes schäfchen in der wolfshöhle mister ja sehr schön also ja Piper nicht jetzt das 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 kannst du ja ich würde gerne ein haus kaufen kann ich denn hier ein haus kaufen ist doch jetzt so ich habe nämlich irgendwo was gesehen nochmal zurück ich meine ich habe was darüber im internet gelesen die meintraten erst mal 2080 auf die laden natürlich sehr viel mehr so eine lade gehört zufolge nach mega heck muss ich finde okay kann man nämlich andere funktionen freischalten wie scheinwerfer geschützt zu steuern und warum lädt das jetzt nicht schon ganz schlimm jetzt lade doch danke einmal habe ich verfluchte ich bin mir eigentlich fast sicher einfach durch das tor und die treppe ich habe gott viel zu tun genau man musste hier durch glaube ich um zum bürgermeister zu kommen da 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 wir fahren mit dem aufzug es dauert doch gar nicht lang da 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 sehr schön dann werden wir jetzt noch mal mit ist das aufzug knopf drücken der bürgermeister ist nicht bereit über diesen sünd unfug zu sprechen solange du also keine baugenehmigung brauchst kann ich dir nicht helfen was war das mit den sünds oh nein darüber sage ich nichts ich mag meinen job wer bist du und du bist jenny war die sekretärin des bürgermeisters ich kümmere mich ums tagesgeschäft baugenehmigung erzähl mir mehr über diese genehmigung derzeit ist nur ein haus verfügbar es befindet sich im stadtzentrum direkt neben dem markt du kannst die räume nach belieben gestalten die erforderlichen werkzeuge für die herstellung der einrichtung bekommst du kostenlos gestellt einzelheiten erzähl mir etwas mehr über dieses haus der vorherige besitzer hat ein angrenzendes lagerhaus gekauft und ein paar wände eingerissen es ist also größer als die meisten anderen häuser und er hat sein ganzes werkzeug zurückgelassen du hast also alles was du brauchst um die inneneinrichtung nach deinen wünschen zu gestalten ja das nehme ich ich nehme es hier ist der schlüssel dann möchte ich dich mal als erste im großen grünen juwel willkommen heißen schlüssel hinzugefügt mach keinen blödsinn wenn du in der nähe des bürgermeisters bist verstanden joo ist ok was macht preston da er geht einfach lang speichern wir mal also wir haben schon mal ein schönes haus gekauft das wir dann irgendwie mal nächste vor uns angucken werden aber jetzt werde ich mal gucken ob ich das nicht hacken kann wir schafft ja erkennungen stadt rat oh erstmal hinweis auf piper piper da war kein büro wenn sie diese kreuzung gegen die internet fortführt wird das konsequenzen haben wir müssen irgendwie dafür sorgen dass die zeitung weniger beliebt ist bei der bevölkerung ist dieses gift was sie da verkauft bringt die leute gegeneinander auf und das werde ich nicht hinnehmen stadtratssitzung hinweis für genwar auf absehbarer zeit können alle treffen der stadtrat abgesagt werden näheres dazu ist ein mitschritt aus der letzten sitzung die sitzung des stadtrats werden ausgesetzt sofern kein notfall eintritt der stadtrat hat volle vertrauen in die fähigkeiten des bürgermeisters die stadtverlangen allein zu übernehmen aha kuriere hinweis für genwar kuriere von mr iro werden bitte sofort in mein büro vorgelassen die notwendige zur diskretion gilt in dieser sache besonders anmerkungen zur stadtverwaltung wasseraufbereitung die sicherheit hat schon wieder wegen der kontrolle über der wasseraufbereitung angefragt sie glauben nicht dass schenkowalski das hinbekommt so ein unfug der kill ist vielleicht jung aber das freie unternehmen im atum ist einer der wichtigen bestandteile unseres lebens in diamond city und ich werde nicht zulassen dass sich jemand in seine angelegenheit einmischt sicher seine einstellung zur sicherheitsvorschrift ist vielleicht etwas lax aber es lässt sich auf übliche weise behandeln sicherheitsbüro die kriminalität in der stadt ist überschaubar ich muss nur neue sicherheitsleute daran erinnern untersuchungen zu den entführungen vorerst auf eis zu legen wir dürfen diese ihren vorstellern des sins unserer bürger entsetzen nicht noch weiter nahrung geben sonst könnte es in einem wichtigen moment zu einem panik was wenn super mutanten angreifen und die leute sich eher fragen wer ist ein sins anstatt die stadt zu schützen nein diese geräte muss unterdrückt werden denn es wiegelt die leute nur auf power nodal stunt hinweis für genva bei anfragen zu einer reparatur von takashi bitte diese mitteilung verlesen takashi gehört zum kulturellen erbe von diamond city und das büro des bürgermeister wird nicht auf anfragen eingehen die nachlegen dass er repariert werden müsste zwar ist unsere bewusst dass es nicht jeder so gut versteht wie die bewohner von diamond city aber wir können aufgrund seiner bedeutung für unsere stadt nicht zulassen dass es irgendeiner art verändert wird die mauer hinweis für genva der aktuelle entwurf meiner rede damit sollte ich die leute beruhigen lassen da bin ich mir sicher diamond city ist seit über 150 jahren vereint und es gibt zwei dinge die diese einheit gewährleisten zum einen die große grüne wächter hinter mir die mauer unserer beschützer und retter die uns von der schmutz daraus bewahrt und zum anderen unsere glauben an unserem vertrauen untereinander sie haben uns wohlstand sicherheit und bildung für jeden bürger gebracht und auch wenn die zeitungen mit den fingern auf zins andere gegen gespenster geschichten zeigen werden wir nicht zulassen dass unsere vertrauen verloren geht ich möchte dass jetzt alle ganz genau zuhört ich bin kein zins ich bin noch immer derselbe junge der hier in der straßen aufgewachsen ist der in seiner hütte am ufer zur welt gekommen ist als kind von martha und patrick mcdorffs und ich werde meine stadt nicht im stich lassen nur weil die presse sich hinter heldig beschuldigt einfallen ist gott schütze diese stadt gott schütze die mauer aufgegebene wohnsitze hinweis für genber mir wurde mitgeteilt dass der mann der in der größe größteils verlassenen west stand lebt damit sie für immer verlassen hat er muss nun als überwältige maßnahmen bei aufgabe des wohnsitzes durchgeführt werden da kommt bitte eine kopie des hausschlüsseln in mein safe ich gucke mal kellogg's hausschlüssel also ich würde gerne kellogg's hausschlüssel aber noch stehen ja es tut mir sehr leid aber diesen hausschlüssel werde ich hier stehlen vielleicht brauche ich den nochmal und sonst stehen wir aber nicht so und an der stelle bevor wir dann unser haus angucken sage ich an der stelle wieder falls euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen herum da wenn nicht denn nicht und bis zum nächsten mal tschüss